ich kreuze runter ich hab eigentlich mal eine Schütte oben spiel doch ne ne hab grad ich hab auf genug Freitag und jetzt hab ich auch meine Ego zu gemacht Alter soll ich als Teamspieler spielen genau aber das macht dir oder was was hast du denn jetzt für ein Problem